Wie kann er sie hier runter? Oder wie hieß das, als da hinten lagen? Ein Glück, dass du kommst. Mir ist schon wieder alles runtergefallen. Nee, ich helfe dir nicht, Oma. Sei doch so lieb und heb die Sachen für mich auf. Rösti. Rösti. Achso, stimmt. Das war ja hier das. Hm. Wir sind aber noch gar nicht hinten lang gegangen, ne? Ich möchte erst mal hier drinnen alles abklappern. Bevor wir nach unten gehen. Nö. Achso. Haben wir jetzt tatsächlich alles schon abgeklappert? Nee, oder? Echt, so wenig gibt es da nur oben. Guck mal, ganz oben waren wir noch gar nicht. Was soll denn das Ding hier immer? Voll süß. Oh. Springen oder nicht springen? Das ist hier die Frage. Und wenn? Fliege ich dann? Oder lasse ich mich plumpsen? Das ist das Furchtbare am Leben, dass man nie genau weiß, was richtig und was falsch ist. Okay. Was hat die Flöte? Endlich habe ich die richtige Rezeptur für das Anti-Geister-Spray gefunden. Okay. Damit kannst du das Gespenst verjagen, das mir hier schon seit Tagen die Schau stiehlt. Aber leider, leider, leider fehlen noch die richtigen Zutaten, die sie gefällig suchen. Sie fliegen irgendwo in der Burg herum. Aber mach schnell! Mir wird ganz übel, wenn ich nur an diese ungeheuerliche Frechheit denke. Dieses Rügepilz, diese Persons-Knurr-Di-Burz. Okay, also können wir hier einmal unsere ganzen... Ach. Unsere ganzen Sachen abgeben und gucken, ob das richtig ist. Nein, nein, nein! Das kann ich nicht brauchen, du andere! Ich muss mir schon die richtigen Zutaten... Das haben wir doch nicht regnet, so in den Ohren weh. Das kannst du an Anti-Geister-Spray vergessen! Falsch, ganz falsch! Was soll ich denn da mit anfangen? Ich hab gesagt, dass du mit die richtigen Zutaten weinen sollst und du schleppst das an! So werden wir das Gespenst nie los! Das war gut, aber du musst weiter machen! Los, los! Und weh, jetzt das Nasenspray ist nicht richtig. Hab ich ganz umsonst gespielt. Achso, jetzt muss ich mal warten. Wird jetzt quasi gespeichert oder wie ist das was? Schnurr, schnurr, da köchelt mein Maschinchen zu weit! Ist das eine Anzeige? Wie viel wir schon gesche... Nee. Doch. Oder? Das hat mir schon einen zweiten Balken. Das wäre natürlich super, wenn wir da so eine Anzeige hätten. Boah, dieses Geräusch in meinem Hintergrund, ne? Ja. Ja, das steigt. Okay, wie viel brauchen wir denn insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eigentlich zwölf. Zwölf Zutaten insgesamt. Okay. Digit, 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 digit. Das spielt ja fürchterlich. Du Dödel, verdirbst die ganze Sache noch. Bring mir gefälligst was richtiges. Ja, 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 ja. Läuft doch schon mal gut. Das hab ich noch gewonnen. Das heißt, man gewinnt nur Scheiße. Oh ja, Pfeffer. Das ist Pfeffer, das stinkt nicht. Eine Matte. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht brauchen, du Anfänger. Du musst mir schon die richtigen Zutaten besorgen. Sonst kannst du dein Antigeister-Spray vergessen. Das war gut. Aber du musst weitermachen. Los, los. Okay, also haben wir schon fünf richtige. Aber wenigstens schön, dass wir eine Anzeige haben. Ups. Eine Brille. Ich frage mich, ob jedes Mal bei jedem Spiel die Sachen gleich liegen. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht brauchen, du Anfänger. Du musst mir schon die richtigen Zutaten besorgen. Sonst kannst du dein Antigeister-Spray vergessen. Das nervt aber das lange Reden immer, ne? Noch mehr davon. Noch viel mehr. Das stinkt ja fürchterlich. Blöde, vergibst die ganze Sache noch. Bring mir gefälligst was Richtiges. Eine Ballome. Ich kann nicht stinken. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr so viel. Wahrscheinlich finden wir das jetzt einfach nur nicht. Also brauchen wir noch fünf Sachen. Einen Moment, ich muss husten, weil ich bin ja krank. So. Okay, also auf dem Dach ist die Hexe. Das ist schon mal schön. Oh, mein Hals tut echt weh. So. Da ist auch der Schaubsauger, ne? Vielleicht können wir noch mal ein bisschen spielen. Dann los geht's. Boah, die Maus ruckelt voll. Das ist voll doof. Irgendwie ist der ziemlich langsam. Gold. Gold. Wer braucht denn so was? Spuckt das Ding. Ich glaub, das war's. Jetzt hat das Ding seinen Geist aufgegeben. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Aber schau mal. Da ist ja eine Tür. Ja, da bin ich ja reingefallen. Pflaster auf die Beule. Schluss mit dem Geheule. Da hast du schön gereimt. Was ist das denn? Voronkolo, der Folterknecht. Er sieht nicht gut und hört ganz schlecht. Ein Jahr und noch ein Tag vergeht. Bis dass er einen Witz versteht. Bis dass er ihn versteht. Voronkolo, kommt röne nicht. Jetzt sei doch nicht so döne nicht. Voronkolo, du folterst mich. Ich hab noch nen Termin. Voronkolo, der Folterknecht. Der hört nicht gut und sieht ganz schlecht. Zwei Wochen braucht er, bis er weiß. Der Herd, auf den er fasst, ist heiß. Der Herd ist glühe deis. Voronkolo, kommt röne nicht. Jetzt sei doch nicht so dödelig. Voronkolo, du folterst mich. Ich hab noch nen Termin. Voronkolo, du nervst mich so. Seit Tagen sitzt du auf dem Klo. Und ich, ich sitz davor und schritz. Denn ich muss auch mal auf den Sitz. Ganz dringend auf den Sitz. Voronkolo, komm, trödel nicht. Jetzt sei doch nicht so dödelig. Voronkolo, du folterst mich. Ich hab noch nen Termin. Ja, sehr süßes Lied. Ich bin krank. Ich will aber erstmal nachher landen. Ein toten Kopf. Ein toten Kopf. Okay, also hier, hier sind wir. Eine Tür. Siehst du die Lampen da oben? Ich glaube, wenn du die Tür aufkriegen willst, musst du erstmal die richtigen Hebel umlegen. Okay. Komm, lass uns mal suchen gehen. Dann geh ich zuerst mal hier lang. Weil da hinten... Was ist das denn? Ähm. Da ist schon wieder die mit dem Tipp. Alter. Ja, das Hexenhandwerk ist eine schöne Sache. Man kann zum Beispiel hübsch kleine Ekeltränke von erstaunlicher Wirkung brauen. Und so richtig in der Mansche Pampen. Ich meine in der Pampen Manschen. Probier's doch auch mal. Zieh die ausgesuchten Leckereien unter mir in das Hexendestillationsgerät. Und klicke auf mich. Dann siehst du, was du angerichtet hast. Okay. Oh nein. Das habe ich als Kind sowas gehasst. Immer diese Musikmachdinger. Ich weiß nicht, wir machen jetzt einen coolen Trank oder so. Alter. Ja, ich hau da mal einfach so drei Dinger rein oder so. Und tut mir leid, aber ja, es ist ein solcher Spieler. Egal wie geil ihr das vielleicht findet oder sonst irgendwas. Aber ich... Nee, tut mir leid, ich mach den Scheiß nicht mehr. Burr, die Burr. Ranzige Butter. Ha, ha, ha. Rürum, larum, Löffelstil. Klingt scheißlich gut. Nee. Nein, weil ich fand's als Kind fand ich immer cool. Ich wollte so Dinger haben, wo ich wirklich Musik machen kann. Und nicht eben wie hier dieses einzelnes Ding hören. Ich hätte auch tatsächlich, glaube ich, irgendwas so mit vorgefertigten Sachen. Und man hörte halt immer, dass es nur eine Sequenz ist, die abgespielt wird. Und nicht alles so zusammen. Und das ist... Boah, ich find das total furchtbar. Also tut mir leid, ich... Nee. Dafür ist das mega cool. Voll der geile Jingle. Irgendwie von so einem Radio-Ding oder sowas. So bei einem Drive oder so. Eins live. Viele Leute, die in NRW wohnen. Da ist da bestimmt ein Schalter für hinten. Ja, hätten wir ja schon mal den ersten. Jetzt fehlen nur noch drei. Hier sind wir. Da ist noch einer. Klasse. Das war Nummer zwei. Das Schweinchen, das Schweinchen, das Schweinchen. Kann man sich irgendwie kaputt machen oder so? Oh, okay. Entschuldigung, Schweinchen. Ich wollte dich nicht irritieren. Okay, ähm... Ui, 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 ist das aufregend hier unten. Und so viele Wege. Ich schätze... Entschuldigung, du bist fertig. Und dann haben wir schon gedruckt. Und dann hast du noch weitergerissen. Dann war ich irritiert. Uäh. Außer mir traut sich ja eh keiner hier runter. Naja, gut. Du vielleicht noch. Hier gibt's aber auch wirklich was zu sehen. Schau dich mal um. Oh, und noch ein Ding. Jetzt hast du's schon fast geschafft. Die letzten findest du auch noch. Und was ist hier? Gehen wir hier raus? Alter, wie... Wie groß der Keller einfach ist. Kann ich jetzt vorher mitnehmen? Nee. Ein Grill? Soll das ein Feuer sein? Das Snack doch wäre Snickers oder sowas. Warum ist der Keller so groß? Aber die sind irgendwie keine Schalter mehr. Voronkologen nervst du mich so. Oder wie ging das nochmal? Nein. Aber voll ein geiler Jingle. Nee. Ja, man. Cool. Tut mir leid. Ich spiel das wirklich jetzt nicht. Ich hab da keinen Lust drauf. Glocken mit Glocken, Nudelholz und Tonnenbass. Hast du ließ was? Ja, dann bist du, bist du, bist du was. Hast du ließ was? Ja, dann bist du, bist du, bist du was. Ja. Nein. Also, ich find's halt nicht geil. Ich weiß nicht, wer es als Kind toll fand. Also, ich kannte irgendwie niemanden. Aber wenn ihr meint, diese Musikdinger kommen zu kurz, kann ich gerne nochmal nach dem Let's Play reingehen und da irgendwie was zusammenbasteln. Vielleicht auch, was ihr wollt. Aber ich bezweifle, dass ihr es cool fandet. Aber, wer weiß nicht. Vielleicht gibt's ja noch irgendwen auf der Welt. Ich meine, die Dinger wurden nicht umsonst gemacht, ne? So. Jetzt kommt mir wieder der geile Jingle. Ich weiß nicht, wer weiß nicht, wer weiß nicht, wer weiß nicht.